Hallo, gerade erfahren. Ubuntu Phone kommt in vier Tagen am 6. Februar. Gut, dass ich mit meinem spanischen Kollegen so ein bisschen kommuniziert habe mit der Firewall und so weiter. Das hätte ich erst gar nicht mitgekriegt. Am 6. Februar in London gibt es ein Launch Event. Ein Ubuntu Phone Launch Event. Eigentlich von 2. bis zum 7. Dann tümpelt ihr da rum. Den entsprechenden Link hänge ich euch an. Wollte ich euch nur sagen. Copcats. Der spanische Partner. Alles mal schön durchlesen. Wunderbar. Also geht los. Und tschüss.